Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust and Elysian Tale. Und ich bin gerade ziemlich überrascht, denn ich habe ein Secret gefunden. Ein Käfig sogar in dem Secret. Mal sehen, was ist hier versteckt. Äh, den kenne ich nicht. Aber er gibt uns 5% mehr Gesundheit. Das ist auch sehr nettes. So. Aber auf jeden Fall cool. Ja, weg hier. Duftkampfmäßig. Wow. So. Und hier hoch wollen wir. Denn hier ist laut Karte dann das nächste. Genau hier. Müssen wir ja gleich bei der nächsten Widerzein. So, weg mit dir. Und mit dir auch weg. Ah ja, sehr schön, Fleisch. Auch wenn es mich immer noch stört, dass wir Zombie-Fleisch als Rüstung tragen sollen. In solchen Sachen ist das Spiel noch ein bisschen bizarrt. So. Oh, guck mal wieder. Okay. Der Feuersprall macht ihm mehr Schaden als der Blitz. Aber es ist halt schwieriger, ihn damit zu treffen. Ich sag doch, die Feuersäule ist am tollsten. Wieder ein Taucheranzug, den wir nicht mehr brauchen. Aber Fleisch. Oh, hallo. Gibt's euch auch noch? So. So, Explosionszombie kann brennen. Und explodieren. Und von euch brauche ich die Augen. Na, du hast nur einen Pilz dabei gehabt. Schade. So. Einmal verbrennen und explodieren, bitte. So kannst du auch verbrennen. So. So. Das war's für heute. Und dann lässt mir wieder keine Seele da. Und da vielleicht explodieren seine Spießgesellen. Sehr gut. Wow, du bist tot? Die rote Variante kenne ich noch gar nicht. Oh, und mit einem Totenbeschwörer ist das sogar noch wieser hier. Brenne, Neckermann. So, sehr schön verbrannt. Mal kurz gucken, ob ich nicht Angriff erhöhen muss. So, ob ich nicht schon mehr als genug Nekromantenschädel habe. Ja, hier genau. Material kaufen. Eine. Und dann machen wir uns mal den Satan. Ein Fluch, bei dem sich deine Feinde wünschen werden, dir nie über den Weg gelaufen zu sein. Klingt definitiv gut. Ausrüsten. Das ist das Beste, was wir hier haben können. Rüstungsmäßig brauchen wir immer noch vier von den Fleischdingern. So teuer sind die ja nicht. Also machen wir uns mal die Rüstung. So, jetzt sind wir ordentlich mal aufgemurzt. Ja, Angriff vor allem. Glück ist eher maul. Wow. Autsch, das hat uns noch erwischt. Gehen wir erst einmal nach. Erstmal würde ich... Ich schlage vor, wir heilen uns ein bisschen. Und gehen erst mal da lang. Okay, das sieht nach Herausforderung aus. Prüfung Nummer 5. Nee, die machen wir schön nach der Reihe. Bis jetzt haben wir eins und zwei gemacht. Habe ich recht? Gefundene Freunde. Nein, wo kann ich mir das nochmal anzeigen lassen? Erfolge? Ah ja, genau hier. Eins und zwei. Drei und vier fehlen uns noch. Bevor wir Nummer 5 machen. Aber wir merken uns, wo Nummer 5 ist. Ach, du bist ja auch wieder da. Brenne. Genau, Brenne. So. Zunderklingenbauplan. Und hier runter müsste es zur nächsten Villa gehen. Ja, das ist gemein. Direkt neben dem Speicherpunkt im Westen ist. So. Speichern. Und unser Dach. Oh, Trollk. Na, du kommst mir gerade recht. Aua. Oder auch nicht. Au. Genau so, nämlich. Trollkfinger. Na, also. Und laut Anzeige gibt es hier hinten auch gleich einen Händler, den wir das verkaufen können. Trollkfinger. Oh, Trollkfinger. Oh, Trollkfinger. Oh, Trollkfinger. Trollkfinger verkauft. Ab ins nächste Haus. Und die... Ah, da ist die nächste Nachricht. Trollkfinger. 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 Hilfe Runter da Wow Also knapper geht's wohl nicht Türe Türe Brosche Ausgang Brosche Eine alte und wunderbar verzierte Brosche Hm Gut Hier kommen wir so nicht mehr hoch Hier ist eine lauschige Wiese mit einem Schreibtisch Also manche Leute haben echt komische Angewohnheiten mit ihrer Mode Hm Ruhe Spektralweste Die ist nice Und sie besteht nicht aus Kammelfleisch Wir haben genug Geld Deswegen stellen wir die einfach mal her So Geheimnisvolles Wand tun Und unser Necromantenfreund mal wieder Hätten wir uns wahrscheinlich die Schäden sparen können Aber ich war jetzt einfach mal zu ungeklägt So Und da wäre wieder einer So Kommt nochmal ein Necromant Nein aber Zombies Zombies Leere Flaschen Ah da ist doch noch ein Necromant Okay der ist wie gesagt Schwierig zu treffen Der Flammensäule Aber sie macht halt auch den anderen Untoten mehr Schaden Weil sie mehr trifft So Hier runter Wow War knapp Ich dachte schon das trifft mich Was haben wir da jetzt Also ne Elektrikeruniform Warum auch immer wir hier eine Elektrikeruniform finden Ähm Das wollte ich eigentlich jetzt nicht damit erreichen Komm Bombe Nur sollst hier unten was für mich weg sprengen eigentlich Genau hier Dahinter habe ich nämlich Schlüssel gesehen Ups Für zwei, drei Schlüssel Jawohl Schlüssel kann man immer gebrauchen Und wieder rüber Garantiert in der letzten Villa müssen wir auch noch gegen Untote kämpfen Bevor wir Überhaupt Äh Während wir Ich meine Während wir vor dem Geist wegrennen So Bevor wir uns jetzt aber auf dem Rückweg machen Gibt es erstmal wieder einen Cut Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich